Hi Leute, heute eine neue Folge Böllerspaß und zwar dieses Mal mit den Bürokräckern von Bopieb, die grün-weißen von Georg Richter. Ja, ich finde die Böller einfach grandios, richtig schöne Raritäten, aber davon könnt ihr euch jetzt selber überzeugen. Viel Spaß! Lauter als explodet. ... ... ... Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.